kommt ihr willwischkener jetzt auch schon hierher sagt einer neidisch und verderbt uns die preise ansas der sich gerade die wichsstiefel anzieht antwortet ihm gar nicht für solche gespräche ist er zu stolz indre breitet das weiße reisetuch über den vorderen abschlag und setzt die speisen darauf neben den neun augen und der rauchwurst hat sie auch sohleier und selbst geräucherten lachs mit eingepackt und da sie seit halb vier in der frühe nichts mehr gegessen hat merkt sie jetzt daß ihr schon längst vor hunger ganz schwach ist sie sitzen nun beide auf den kanten des bootes einander nahe gegenüber und essen das mitgenommene als mittagsbrot geld um in ein vornehmes gasthaus zu gehen und sich auftafern zu lassen vom besten hat ansas wohl über genug aber das ist nicht fischergewohnheit sie denkt nun gar nicht mehr an das schreckliche aber das herz liegt ihr von all dem fürchten noch wie ein stein in der brust jetzt ist es der ansas der nicht viel essen kann denn die erwartung ihr alles zu zeigen lässt ihm keine geduld er steht auf und sagt nun kann es losgehen aber vorher kehrt er noch nach hinten zurück das hängeschloss zu holen damit der kahn nicht etwa inzwischen verschwindet dabei kommt er mit einem fuß zufällig unter den runden sack der vor dem steuersitz liegt der fliegt wie von selber hoch so leicht ist er und sinkt dann wieder zurück sie sieht wie er dabei erschrickt und zu ihr hinüber gluppt ob sie es auch nicht bemerkt hat und der stein in ihrer brust wird schwerer aber wie sie das ufer hinanschreiten und er ihr alles erklärt denkt sie wieder es kann nicht sein es muß eine andere bewandtnis haben dann biegen sie in die deutsche straße ein die breit ist wie ein strom und an ihren rändern lauter schlösser stehen hat in den schlössern kann man sich kaufen was man will und alles ist viel schöner und prächtiger als in memel der ansas sagt hier aber ist das schönste und weist auf ein schild das die aufschrift trägt konditorei von